ne echt nicht das dauert mir zu lang es ist wichtig hallo und willkommen zu diesem extra video heute geht es um minecraft 12 mode episode 6 denn dies erscheint in zwei tagen weil jetzt haben wir den sieht man schlecht den 5 juni also 5 juni 20 23 also in zwei tagen wird es erscheinen und ich werde wenn es nicht sehr wenn es nicht gerade sehr spät kommt am 7 auch gleich ein bad hochladen und dann gibt es jeden tag wie gewohnt ein video und dann geht es auch nach episode 6 normal weiter mit fernsinnige zombies ich brauchte einfach die woche pause damit ich mich wieder in die schule einfinden kann und sage damit vielmehr fürs zuschauen und bis nächstes mal tschüss euer also genau gesagt im zweiten tschüss